Hallo zusammen und willkommen zurück. So, heute möchte ich euch einen Mechanismus zeigen, der manchmal extrem wichtig ist und vor allem, und deswegen zeige ich ihn jetzt hier auch gerade, extrem helfen kann beim Verständnis, wie Funktionen eigentlich arbeiten. Das heißt, wenn ihr das hier verstanden habt, dann habt ihr komplett verstanden, was eigentlich Funktionen sind. Und das ist doch mal eine Aussicht, oder? So, das was wir machen wollen, ist eine sogenannte Rekursion. Rekursion bedeutet so viel wie wieder aufrufen oder wieder kehren oder so. Ich habe keine Ahnung, was es genau bedeutet, das tut mir leid. Genau, was wir dabei machen wollen, ist im Endeffekt, wir wollen eine Funktion mehrfach aufrufen, in einer ganz gewissen Art, nämlich sie ruft sich selbst auf. Dazu werden wir folgendes Beispiel benutzen. Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht das einfachste Beispiel, aber es ist das deutlichste Beispiel, dem kann man es einfach am besten machen. Es gibt eine Reihe in der Mathematik, die sich zum Beispiel so berechnet. Also, das Ding nennt sich Fibonacci-Reihe oder Fibonacci-Folgen und habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist das, was so eine wunderschöne Spirale gibt, wenn man es aufmalt. Aber das machen wir nicht. Wir wollen einfach nur Fibonacci aufschreiben und zwar sieht die folgendermaßen aus. Wir fangen an mit 0, mit 1 danach und jetzt, also das sind die beiden Sachen, die gegeben sind. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen immer die beiden Zahlen davor und addieren die aufeinander. Das heißt, 0 plus 1, naja, ist 1. Dann haben wir hier 1 plus 1, was offensichtlich 2 ist. Dann haben wir 2 plus 1, was offensichtlich 3 ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier jetzt eine 5, dann haben wir eine 5 plus 3 sind 8. Dann haben wir 8 plus 5 und da sind wir schon relativ hoch, sind wir bei 13. Dann sind wir schon bei 21 und dann sind wir bei 34 und so weiter und so fort. Ja, und so funktioniert das Ganze. So, was wir jetzt haben wollen, ist, wir wollen das Ganze rekursiv aufbauen. Das heißt, wir haben eine Funktion, Funktion Fibonacci, Fibonacci, die natürlich, was nimmt die als Parameter? Naja, wir wollen die so und so vielte Fibonacci-Zahl berechnen. Das heißt, das hier ist die 0. Fibonacci-Zahl, das ist die erste, die zweite, die dritte und das hier wäre irgendeine später. Das heißt, was wir hier haben, ist ein n. Das macht man in der Mathematik immer so, dass man die Anzahl oder die Bezeichnung der Zahl mit n angibt. So, und die soll natürlich auch, was soll sie zurückgeben? Einen Integer, okay? Gut. So, und jetzt ist eigentlich relativ simpel. Wir wollen also die zum Beispiel fünfte Fibonacci-Zahl haben. Naja, was machen wir denn dann? Wir berechnen die vierte Fibonacci-Zahl und die dritte. Also sagen wir mal, das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben das, die fünfte Fibonacci-Zahl, die rein zufällig gerade auch 5 ist. Und dafür brauchen wir die beiden Vorgänger, die wir übrigens nicht kennen hier. Das heißt, was machen wir, wenn wir die fünfte Fibonacci-Zahl brauchen? Wir brauchen die vierte Fibonacci-Zahl und die dritte. Okay, für die vierte brauchen wir die dritte und die zweite. Und für die dritte brauchen wir die zweite und die erste. So, und so weiter und so fort, ja. Das heißt, wir müssen immer die Vorgänger berechnen, okay? Das heißt, was wir hier berechnen müssen, ist der Vorgänger. Also war, ähm, Vorgänger, ich bleibe jetzt hier tatsächlich mal vielleicht im Deutschen, dann ist es vielleicht einfacher. Vorgänger ist gleich, naja, wie berechnen wir den Vorgänger? Vom Typ Int natürlich auch. Der berechnet sich als Fibonacci von n-1. Weil wir wollen ja die vierte Fibonacci-Zahl berechnen, okay? Das ist quasi die Vorberechnung, okay? Das ist also das, was wir da vormachen. Und dann haben wir noch den Vorvorgänger, also Vorvorgänger, auch vom Typ Integer, ist auch Fibonacci. Jetzt aber, was kommt hier rein? Nicht n, nein, das wäre die aktuelle Fibonacci-Zahl, sondern n-2. Das heißt, das hier liefert mir als Ergebnis, naja, wenn ich hier bei 5 anfange, liefert mir das 3 als Ergebnis, weil es berechnet mir hier die vierte Fibonacci-Zahl. Das hier berechnet mir die 5 minus 2, also die dritte Fibonacci-Zahl, 0, 1, 2, 3. Das heißt, das berechnet mir 2. Und dann, was muss ich machen? Naja, ich gebe einfach 2 plus 3, also die beiden Zahlen hier, Vorgänger plus Vorvorgänger gebe ich zurück. Also Return Vorgänger plus Vorvorgänger. So, jetzt Vorsicht, wenn ihr das macht, dann wird das ganze Ding endlos laufen und es wird niemals zu einem Ende kommen, denn ihr habt kein Abbruchkriterium. Was hier passiert ist, ihr berechnet, okay, ich hätte ganz gerne die vierte Fibonacci-Zahl, ich hätte ganz gerne die dritte Fibonacci-Zahl. Nehmen wir mal nur die vierte Fibonacci-Zahl hier, ja. Das heißt, was passiert hier? Wir haben hier ein n auf 4 gesetzt. Also das ist quasi der Parameter, mit dem es aufgerufen wird, ja. Das heißt, wir sagen hier, okay, das hier ist jetzt die Funktion Fibonacci von 4. So, bei Fibonacci von 4 wird hier Fibonacci von 3 berechnet und Fibonacci von 2 wird berechnet. Okay, wir bleiben mal wieder bei diesem Fall hier. Also Fibonacci von 3 wird berechnet. Gut, im Aufruf Fibonacci von 3 wird Fibonacci von 2 berechnet und Fibonacci von 1 wird berechnet. Okay, wir bleiben wieder hier. Also die hinteren Dinger beachten wir jetzt erstmal gar nicht, die sind auch nicht so wichtig gerade. Okay, Fibonacci von 2, dann wird hier offensichtlich als Vorgänger Fibonacci von 1 berechnet und Fibonacci von 0. So, und jetzt wird es interessant, jetzt müsste man hier ja theoretisch, weil die beiden sind ja gegeben, irgendwo muss man ja anfangen, müsste ja 1 zurückgegeben werden und bei dem Fibonacci von 0 müsste 0 zurückgegeben werden. Was aber passiert ist, hier wird Fibonacci von 1 berechnet, also hier genau das wird wieder mit n gleich 1 aufgerufen und der Vorgänger ist dann Fibonacci von n minus 1, also Fibonacci von 0 und Fibonacci von minus 1 und Fibonacci von minus 1 ist nicht definiert. Das heißt, wir müssen hier ein sogenanntes Abbruchkriterium machen und das machen wir mit if. Und das solltet ihr niemals vergessen, wenn ihr Rekursion habt. Ihr müsst irgendwie aus dieser Rekursion immer wieder rauskommen. Es muss einen Endpunkt geben. Quasi der Anfang von eurer Reihe ist das Ende von eurer Rekursion. Okay, das heißt, wenn unser n gleich gleich 1 ist, naja, dann geben wir 1 zurück. Und wenn unser, also hier ist egal, ob ihr if oder else verwendet, denn es wird jedes Mal ein Return angenommen und wenn ein Return wird, dann ist sowieso der andere Code nicht mehr da zum Ausführen. Und wenn unser n gleich 0 ist, dann returnen wir 0. So, und ansonsten berechnen wir so lange unsere Vorgänger bzw. Vorvorgänger, bis wir in einem der beiden Fälle landen. Okay, so jetzt machen wir das nochmal ganz kurz für Fibonacci von Fibonacci. Fibonacci von 5, okay? Also Fibonacci von 5 ist, wir geben das direkt mal aus. Printline, Fibonacci von 5. So, was passiert? Erst wird berechnet, und ja, ich schreibe das jetzt so auf, weil ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, aber ich werde jetzt Fibonacci von 5 abkürzen, okay? So, Fib von 5 berechnet mir erstmal Fib von 4 plus Fib von 3. So, Fib von 4 wiederum, also es sind ja dann zwei Aufrufe im Endeffekt, die werden ja beide nacheinander ausgeführt. Das ist erstmal Fib von 4, und wenn wir Fib von 4 haben, dann berechnen wir Fib von 3 weiter. Das heißt, wir bleiben erstmal bei Fib von 4. Fib von 4 berechnet mir gleich Fib von 3 plus Fib von 2. Und nein, da ist nichts Effizientes drin, man kann das viel effizienter schreiben, aber das machen wir jetzt noch nicht. Okay, naja gut, damit wir Fib von 3 haben, das ist ja auch ein Funktionsaufruf, da wird ja aufruft, da wird ja die ganze Funktion nochmal aufgerufen, berechnen wir Fib von 3 mal. Das ist ja, ups, das ist gleich Fib von 2 plus Fib von 1. So, und als erstes wird das Ding hier berechnet, also berechnen wir jetzt als erstes mal Fib von 2. Fib von 2 ist gleich Fib von 1 plus Fib von 0. So, und jetzt gehen wir schrittweise zurück. Gut, das heißt als erstes, um diese Berechnung hier durchführen zu können, wir gehen ja von oben nach unten in unserem Code durch, also wir sind jetzt hier immer noch beim Aufruf Fib von 4, okay? Wir haben nichts weiter gemacht. Also im Endeffekt sind wir hier mehrfach reingegangen. Für Fib von 4 brauchen wir Fib von 3 und Fib von 2. Für Fib von 3 brauchen wir Fib von 2 und 1. Und Fib von 2 brauchen wir Fib von 1 und 0. Und Fib von 1, naja, das ist ja gleich 1, haben wir oben festgelegt. Gut, dann können wir das erste Mal hier hinten hingehen. Also das heißt, wir können jetzt Fib von 0 berechnen. Fib von 0 ist offensichtlich berechnet als, weil wir das hier drin haben, als 0. Cool. Das heißt, damit können wir das da berechnen als 1, weil die beiden Zahlen, also Fib von 1 und Fib von 0, haben wir ja jetzt. Cool. Dann können wir das offensichtlich hier eintragen. Also das ist jetzt 1. Ja, und Fib von 1 können wir ja auch direkt wieder berechnen. Das ist 1, also das ist offensichtlich 1 plus 1. Cool. Und damit haben wir Fib von 3 berechnet als 2. Ja. Und jetzt haben wir diesen Teil hier berechnet. Jetzt müssen wir Fib von 2 berechnen. Okay, also gehen wir wieder in diesen Schritt rein. Fib von 2 ist, und ja, das wird nochmal von vorne berechnet, weil wir das so dumm geschrieben haben. Aber das ist Absicht, damit wir es verstehen. Okay. Weil sonst wird es noch ein bisschen komplexer. Also Fib von 2 ist Fib von 1 plus Fib von 0. Und die beiden lösen sich direkt wieder auf als, naja, wissen wir ja jetzt mittlerweile, als 1 plus 0, also als 1. Okay. Und das heißt, den Teil haben wir jetzt auch. Also können wir jetzt hier sagen, ist gleich 2 plus 1 gleich 3. So. Cool. Jetzt können wir hier weitermachen. Jetzt haben wir nämlich hier Fib von 4 berechnet als 3. Super. Jetzt müssen wir noch Fib von 3 berechnen. Und das ist im Endeffekt genau derselbe Schmuh nochmal. Es wird nochmal von vorne komplett neu ausgeführt. Das heißt, da ist nichts Effizientes dran. Da ist einfach nur genau dasselbe nochmal. Fib von 3 wird berechnet als Fib von 2. Fib von 1. Fib von 2 wird berechnet als Fib von 1. Und Fib von 1 ist 1. Also können wir Fib von 0 nehmen. Und Fib von 0 ist 0. Also ist das 1. Und so weiter und so fort. Bis wir irgendwann wieder Fib von 3 haben. Und dann können wir das hier oben eintragen. Als Fib von 3 ist 2. Also haben wir hier 5. Cool. Ja und das ist im Endeffekt das, wie unser Computer das rechnet, wenn ich hier Fib von 5 eingebe und diese Berechnungsfolge hier habe. Das heißt, wir haben hier einen ganzen, ganzen Haufen Funktionsaufrufe drin. Und das Einzige, was wir ändern, ist hier diesen Parameter. Und diese zwei Abbruchkriterien sozusagen mit dem Return. Okay. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt unsere Berechnung. Wir können das hier mal laufen lassen. Wir sehen hier, das dauert eine ganz schöne Weile. Und es kommt 5 raus. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel Fibonacci von 50 ausgebe, dann sehen wir, dass die Laufzeit wirklich ekelhaft lang wird. Also ihr seht hier, das rechnet und rechnet und rechnet und rechnet immer noch. Ähm. Ja, das rechnet wirklich jetzt die ganze, ganze, ganze Zeit, während ich hier rede. Und mein Rechner ist jetzt nicht gerade was, was ich als langsam bezeichnen würde. Und die 50. Fibonacci-Zahl ist jetzt auch nicht gerade. Okay, sie ist schon groß, aber sie ist nicht unfassbar groß. Also ihr seht, wie lange das rechnet. Es ist unfassbar ineffizient, sowas zu tun. Aber ich wollte euch auf jeden Fall diesen wunderbaren Mechanismus vorstellen. Denn mit Rekursionen kann man sehr, sehr viel machen. Manche Sprachen haben sogar explizit nur eine Rekursion dabei und quasi nichts anderes. So, und jetzt wird mir wahrscheinlich gleich meinen Arbeitsspeicher überlaufen. Deswegen mache ich hier mal auf Stop. Ähm. Ihr könnt vielleicht mal die 10. Fibonacci-Zahl berechnen. Das sollte einigermaßen noch im Rahmen sein. Dauert auch ein bisschen 55. Wir gucken mal, ob es die 15. auch noch schafft. Also ihr seht, das wird einfach exponentiell viel, viel mehr werden. Es dauert schon ein bisschen länger, wie wir hier sehen können. Wenn wir die 20. machen, dann sehen wir schon deutlich eine Rechenzeit. Okay, vielleicht auch nicht. Machen wir mal die 30. hier. Das sollte man definitiv sehen. Ja, ein bisschen zumindest. Die 40. Da sehen wir jetzt dann schon eine Rechenzeit, eine ordentliche Rechenzeit. Und bei der 50. kommen wir einfach gar nicht mehr zum Ende. Also irgendwann wird es halt einfach quasi unbrauchbar. Ähm. Wobei bei der 50. Ja, wahrscheinlich ist es unbrauchbar geworden, weil wir einfach einen Overflow hatten. Und ich deswegen hier auf meine Abbruchkriterien niemals komme. Das muss man natürlich auch in meinem Kopf haben. Ja, da hätten wir vielleicht mit Longs arbeiten sollen. Aber gut. Ähm. Ich glaube, was ich rüberbringen wollte, ist auf jeden Fall angekommen. Wir sehen hier, das dauert auf jeden Fall zu berechnen. Und Rekursion sollte man dann einsetzen, wenn es sinnvoll ist. Und dazu werden wir auch noch kommen mit einem ganzen Haufen Beispielen. Ähm. Hoffentlich später in der Reihe, wenn wir dann auch die Datenstrukturen haben, die wir brauchen dazu. Okay, super. Was wir jetzt noch machen wollen, ist nächstes Video eine kleine Übung. Auch nochmal zur Rekursion. Und dann habt ihr es, glaube ich, endgültig verstanden. Dann seid ihr absolut rekursionsgeschädigt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.